Musik Schwimmen ganz nach Lust und Laune, egal ob jung oder alt, groß oder klein, Leistungs- oder Freizeitschwimmer, beim 24-Stunden-Schwimmen der Berliner Wasserratten ist für jeden was dabei. Und aufgrund der Zeitumstellung gab es in diesem Jahr noch eine Stunde obendrauf. Das 24-Stunden-Schwimmen soll Menschen dazu bringen, ihre körperlichen Leistungen auszutesten. Ich wollte es unbedingt mitmachen, weil es dann halt mein erstes Mal ist. Ich wollte natürlich viele Menschen für das Schwimmen begeistern. Schwimmen quasi bis zum Umkippen. Jeder kann innerhalb der 24 Stunden so viele Bahnen schwimmen wie möglich. Dabei muss sich aber niemand unter Druck setzen. Man kann sich einfach ausprobieren oder seinen aktuellen Leistungsstand überprüfen. Das Besondere an dieser Veranstaltung? Nicht die Leistung steht im Mittelpunkt, sondern der Spaß, ganz klar. Ich liebe es sozusagen abends, nachts zu schwimmen. Es ist halt einfach toll. Weil ich so lange schwimmen kann, wie ich will. Vielleicht findet man jemanden, mit dem man zusammenschwimmt. Kontakte nochmal neu binden. Die absoluten Highlights im Becken waren das Schnuppertauchen und Staffelschwimmen. Beide fanden nachts statt. Für alle Teilnehmer gab es dann natürlich auch eine Urkunde und für die besten Schwimmer aller Altersklassen sogar Pokale. Auch in diesem Jahr war das 24-Stunden-Schwimmen der Berliner Wasserratten wieder ein voller Erfolg, bei dem ganz viele Bahnen und Kilometer runtergeschwommen wurden und vor allem der Spaß nicht zu kurz kam.